Hallo zurück! Zu The Forest! Ja, genau. Bei der wievielten Folge sind wir jetzt? Weiß es nicht, 6, was ist? Das sind Marshmallows. Ach du, ich weiß schon. Na, das hab ich doch schon früher mal gesagt. 38, also schon wieder blaue Beeren. Ich hab hier überall blaue Beeren, du nicht oder wie? Ah, dieser verdammte Stein. Naja. Voll Hammer, ich hatte mega Hunger und Durst und hatte keine Energie mehr. Jetzt hab ich hier überall nur blaue Beeren gefuttert. Und jetzt geht's mir wieder super. Ohne, dass ich im Lager war. Sehr nice. Ja, die Beeren, die bringen schon viel. Ich guck mal, dass ich noch ein paar Hasen jage. Ich geh mal ein bisschen jagen, du kannst dir mal überlegen, Entweder, ob wir bei uns ein Haus, äh, Haus, äh, am Wasser, da, im Wasser, das, äh, hier weiterbauen. Ja. Gerade voll den Hänger hier. Oder was du auch immer bauen willst. Ich füll mal mein Pot auf, nur mal nebenbei. Ja, ich tu grad bisschen Steine immer sammeln, weil ich spawn immer so schön. Und baue hier grad noch paar, die Dinger da fertig bisschen. Mach das, ich geh mal so in den Wald und guck mal, ob ich ein paar Hasen finde. Jo, passt. Weil die Hasenfälle, die sind gar nicht mal so unwichtig. Ja, Hasenfälle ist echt wichtig. Sack! Viel wichtiger als Lizard oder die... Ich hab grad einen Hasen gejagt, ne? Jaaaa. Und der ist direkt in meine Falle gelaufen. Ich bring mal ein lebenden Hasen zu uns. Cool. Den Film zu uns. Sehr gut, ich bin mal gespannt, wie viele eigentlich dann in diesen, äh, Stall da reinpassen, sag ich mal. Alter, ich bin mal vor die Massenhaltung voll alle in so'n kleinen Käfig gequätscht. Oh Gott, ich hör sie wieder schreien. Alter, unter jedem verdammten Stein ist ne scheiß Spinne. Wieso müssen die so groß sein? Das ist ja eklig. Wieso kann man die nicht töten? Iki, iki, iki. Da, 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 da. Ich geh mal wieder zurück. So, jetzt hab ich jetzt gar nicht mal low energy. Can't carry any more rocks, okay. Mhm. Wie viele rocks kannst du jetzt eigentlich tragen mit deinem... Zehn Stück. Zehn. Ja, ist doppelt so viel. Fünf oder wie, okay. Wie bei den Ästen. Bei Ästen war es ein bisschen mehr, glaub ich, oder? Ne, das war auch von zehn auf zwanzig. Okay. Ja, ich weiß grad nicht, was ich so machen soll. Darum tue ich grad die ganze Zeit Steine bisschen sammeln. Ich hab ne Ordnung. Aber ich vielleicht paddeln wir mal raus und tun mal unsere ähm... Turtleshells benutzen. Das könnte man machen. Warte, lass mich hier schon mal ein bisschen unsere Steine... Beim nächsten Regenschauer da bissl was... Alter, das hat keiner einzig Falle ausgelöst. Das ist schon traurig, ne? Nicht einer. So. Ein bisschen krank, deswegen muss ich ab und zu mal husten. Ich hab dich doch gesehen. Wo bist du hin? Hasi, 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 hasi. Wie machen wir das jetzt eigentlich mit den Bäumen? Sollen wir es mal nachwachsen lassen, oder? Ich weiß nicht. Ich find das stört... Ich find das... Also, falls wir immer den Nötig kommen sollten mit Holz beschaffen, dann können wir es mal anmachen, aber... Ich glaub zur Zeit brauchen wir es jetzt nicht. Nee, zur Zeit noch nicht. Das sind sie schon wieder. Ich geh mal ein bisschen zurück zum Haus, weil ich hab da schon wieder ein Kannibalenrennen sehen. Oh, Chris. Geil, das sind grad zwei Hasen und... Wasser, Wasser, Wasser. Es ist nicht tief genug. Das sind grad zwei Hasen und ein... Ich hab voll die Probleme hier. Ja, uah. Ihr kommt hier nicht mehr raus. Freuen die mich? Oh, jetzt backst du gegen die Wand. So, hab auch nen Hasen. Echt? Leben denn? Naja, nein. Oh. Weil die sind in unser Lager reingehüpft. Und jetzt kommen sie nicht mehr... Und wie dein Hasen, dann wir spielen den Fallenbogen. Alter, das funktioniert richtig gut, man. Gleich hab ich ihn. Gleich hab ich ihn. Komm her. Komm her. Komm her. Jetzt komm schon jetzt. Alter. Oder? Die haben das vielleicht irgendwie gefixt. Nee, das kann nicht sein. Nee, wir sind einfach plötzlich... Die ganze Zeit haben wir volles Problem mit. Kann ich verarschen? Ich mach mal zu, weil ich weiß nicht, was du da machst. Was hast du denn vor? Wo ist der Hasen? Willst du den... Bei mir? Willst du den töten, oder wie? Ja, was denn sonst? Na gut. Wo ist er? Oh, daneben. Hab ihn. Sehr schön. Warte, ich mag er noch. Häuten. Sehr gut. So, Fleisch. Hm, ich bekomm Durst. So, dann hängen wir mal das Hasenfell hin. Oder warte, ich baue mir auch mal den... Den Ding, was? Drei Hasenfälle hast du gesagt, ne? Drei Hasenfälle, ein Klo und... Was war's noch? Äh, äh, genau, zwei Seile noch. Zwei Robes. Drei Seile, nicht zwei. Drei Seile, gut. Kann auch sein. Kombiniert und wunderbar. Ähm, ja. Sehr schön. Also ganz schön voll hier auf dem... Auf dem Inventars... Dingsbums da. So. Ja, kann schon ziemlich viel mit tragen jetzt. Ah, jetzt weiß ich wohl, wir unsere Rüstung schon getan haben. Ah, ja. Aber die lassen wir noch für Notfälle, oder? Ja, lassen wir's für Notfälle, oder? So, wenn du wolltest hinten ein bisschen weiter bauen. Ja, gut. Dann machen wir die nächsten paar Folgen bauen, oder? Bauen, oder? Ja, gut. Jetzt müssen wir erstmal einen Plan kriegen. Wo ist denn unser Floß? Ach, das steht innen drin, ne? Natürlich. Das ist ja unser Anker, unser Steg hier, so in der Art so. Okay. Das ist ja eigentlich so, dass unser Floß sicher ist. Damit wir... Das ist ja so, dass, falls die durchbrechen durch unsere Wall, damit wir da nochmal reingehen können, damit wir Zeit haben, aufs Boot, aufs Floß zu springen und loszufahren. Ja, aber eine Zeit lang war's ja immer außerhalb. Darum war ich jetzt... Ach, wir müssen ja immer noch das Ding da bauen. Ach, ja. Und das wird dran. Da, Turtleshell. Ach so. Turtleshells. Du denn, Turtleshell. Ja, ja. Sehr gut. Brav. Wir wollten... Das wollte ich auch noch sagen. Das würde jetzt ziemlich viel brauchen. Warte jetzt, pass auf. Hallo? 15 Baumstämme brauchen wir für das da. Ja, aber wir wollten ja noch was bauen. Und zwar... Wir könnten eigentlich ab hier jetzt dieses andere Ding da bauen. Nicht nur diese Plattform, sondern was anderes. Falls du mal wieder bisschen was bauen möchtest. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber irgendwie... Hä? Was war denn das? Das war... Wie... Wäre komisch. Ach, jetzt habe ich's. Custom Foundation, ne? War das? Nee, ist mir... Custom Foundation, gerne. Hab ich doch gesagt. Wollen wir das in die Richtung machen, oder in die Richtung? Mach's in die... Richtung. Da... Oder... Da könnten wir vielleicht mal die Insel da mit, ähm... Oh, da mag's mal Wett draus bauen. Ja, gut. Ja, da können wir ja mal eine Brücke hinbauen. Könnten wir, theoretisch. Ja, könnten wir theoretisch machen, ja. Wieso nicht? Ähm... Ähm... Oh, das ist gar nicht mehr so leicht. Im Wasser, das ist fast gar nicht machbar hier. Ist aber irgendwie cool, wenn wir aufs Floß drauf springen, dass das da immer schon mitwippt dann. Hier... Naja, gut, okay. Speicher hier. Ja, dann mach's halt nicht los, oder so. Der, wenn man rausfährt hier. Da, 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 da... weiter... Da... Wirst du die Richtung bauen? Ne, ich weiß ja nicht. Ich seh den Baupolan leider nicht. Warte... Ach so, ist gut. Und jetzt weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Warte, ich drehe mal ganz kurz, dass ich auch kurz fahr. Ja. Uah, guck, so... Bist du weiter voll wieder? Oh, Gottes Willen. Äh... Ja. Ja, das hat ein bisschen verkackt. Naja, das ist doch eigentlich gar nicht mehr so... Oh! Ja, ich hätt's gern quadratisch schon irgendwie, so ein bisschen so... Aber jedes Mal, wenn ich gedrückt hab, bist du wieder vorher zurückgefahren. Das ist fast gar nicht machbar. Ja, da mussten wir halt sagen, wann ich dann fahren soll und wann ich... Lösch es nochmal. Uah, ach nee. Ach, komm kurz. Was löschst du von mir? Jetzt kommst du wieder nicht hoch. Ah, was fang ich denn mit dir an? Kann ich gar nicht löschen? Lösch es mal. Alter, jetzt dachte ich dir fest. Hä? Vorne hab ich's lösen können, jetzt kann ich's nicht mehr löschen. Ich muss nur zurückfahren, ich muss am Rand sein. Ja, das war nicht so weit. Warte. Hä? Das hat... Jetzt. Also. Ich geh mal in die Ecke. Ach, es wird's auch noch wieder dunkel. Na toll. Es ist nicht leicht, es ist echt so schwer. Ja, das Spawn, das ist echt nicht so leicht in dem Spiel. Gut, wenn's beide sehen würden, was der André grad plant, weil dann könnte man... Ja. Ich pflanze jetzt was direkt in diese Ecke hier. Warte, warte. Warte, warte. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Ne? Nicht bewegen. Ja, okay. So, jetzt fährst du mal hoch zur anderen Ecke zu uns. Also da hoch, ne? Du weißt schon. Ja, genau. Noch ein Stück. Äh, stopp, stopp, stopp. Nicht so weit. Kannst du eigentlich musst du so Punkte setzen, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. So, und jetzt fahr ich einfach hoch. Ich hab noch nicht gesetzt. Ich hab noch nicht gesetzt. So. Ich muss noch mal hochkommen. Weil ich bin... Ich sehe gar nichts. Bin ich auf dem Boot? Ich weiß nicht. Nein, ich bin auf dem Boot. Ich hab irgendwas zu reparieren. Ich hab irgendwas zu reparieren. Ich hab irgendwas zu reparieren, ich weiß nicht was. So, jetzt fahr mal zurück. Du musst dir vorstellen, ich hab jetzt hier so eine Linie gezogen. Wie unser Ding, ne? Jetzt musst du dir ungefähr vorstellen, wo dort... Fahr mal einfach ein bisschen zurück. Genau. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Perfekt. So, wenn wir gerade zurückfahren. Noch ein Stück. Wie groß wollen wir unsere Plattform? Noch ein Stück. Ja, genau. Ich fahr mal so. Und jetzt wieder auf die andere Ecke. So runter. Weißt du, was ich mein? Ja, genau. Sehr schön. Ähm, ich muss ein Stück zurück. Ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen parallel ist. Machst du unseren Stickhole immer kaputt? Habst du mit deinen Achsen immer drauf? Ja, weil ich die Maus betätige zum Bestätigen und dann... Oh, das sieht doch gut aus. Stell dir schon, dass du das gemacht. Wollen wir das erst mal so lassen oder wir wollen das gleich noch weiter bauen? Ne, lassen wir das erst mal so. Wie viel Sticks brauchen wir? Oh Gott, deswegen guckt er nicht... Ach. Hä, Sticks? Ah ne, Quatsch. Loks. Loks. 75, ja gut. Das geht, das geht. Wollen wir jetzt eigentlich das und unser Baum... äh, unser Baum... Ich kann nicht mehr reichen. Wollen wir diese Loks um unser Bettchen dann nochmal bauen oder... Lassen wir's jetzt doch. Und bauen ist alles, was wir... Ne, halt, ne, Turtle Shaves. Vergiss es. Obwohl, da können wir ja dann... Ja, das ist ja sonst draußen dann so unsere Anlegestände und... Ist aber nicht verbunden, ne? Das weißt du schon... Ja, ich hab mir überlegt, dass wir da vielleicht noch ne Brücke bauen könnten, weißt du? Also... Ich hab's überlegt, noch weiter zurück zu machen und ne Stück Brücke hinzubauen. Weil da gibt's ja... So... Wollen wir dann auf diesem geraden Stück dann so ne Wand drum machen? Also... Ja, hatte ich eigentlich schon überlegt. Ich dachte, dass das bedachte Haus ist. Ah, genau. Okay, gut. Passt. Dann können wir hier so den Eingang machen. So viel. Halt, scheiß nicht. Bist du endlich die Urz. Aha. Wie war das jetzt? Da da da... 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 Shit. Warte, ich mach mal schon ein Feuer an. Ich muss mal ein bisschen was essen, ne? Und trinken auch nochmal. Fisch rauf. Ach. Topf drauf. Guck. Was sagst du dazu? Braucht 10 Loks mehr. Ja... Ja... Wie finde ich... Auch wenn das irgendwie so blöd mit der Plattform da... Ich mein, wir können ja nochmal löschen. Immer schön hinmachen. Machen wir die Nacht durch grad, oder wie? Ja, aber... Ich glaub, wenn wir jetzt schlafen, ist uns so Rhythmus geräumt. Ja... Das kann sein, ne? So. Ich kann auch einfach nur... Ach ne, die Plattform ist kacke. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht das... Oh, Gott sei Dank. Ne, es ist jetzt ein bisschen... Ich hab ein bisschen mehr Abstand lassen sollen, damit wir sowas wie eine Brücke bauen können. Könnten sie jetzt noch ändern, ne? Jetzt ist noch nicht zu spät. Ja. Das muss jetzt du es nochmal so lassen und so einen kleinen Steg rüber bauen. Warte, wir löschen es jetzt nochmal, dann tust du da eine Plattform hin und an die Plattform tust du dann das nochmal bauen. Machen wir es so. Weil ich möchte es jetzt irgendwie schön haben. Oder wie hast du das vor? Ne, das kann man machen, ja. Das ist doch... Das ist ganz so gut. Weil ich mag jetzt mal ein bisschen schön bauen. Ganz ein, haben wir immer so... Weil jetzt... Ich mein, wir haben ja, ähm... Das andere war jetzt nur überlebenswichtige Sachen und... Wir könnten es eigentlich auch mehrstöckig bauen, ne? So, so zwei Dinger da. So eine Treppe außen oder innen drin. Theoretisch, ja. Oh, jetzt haben wir aber ein großes Bauprojekt vor, du. Ich kann das irgendwie nicht löschen. Und irgendwie habt ihr euch immer Lust, irgendwie so ein Baumhaus zu bauen, irgendwie? Dafür, gut, dafür bräuchte man eigentlich Bäume. Das können wir dann machen, wenn wir vielleicht so weit sind. So, jetzt pass auf. So, löschen wir. Ich... geht nicht. Das... geht einfach nicht. Ah, jetzt, warte. Okay, zack. Wunderbar. So, dann baut da erstmal... Ne... Uh... Pass auf, B... Unten, wirklich wunderschönes, ne? Aufs Richtig, richtig gleich erhöhen. Ja, ich... ich versuchs... ich versuchs... Ist es halt nicht so leicht, weißt du? Willst du die mittig hinhauen oder seitlich da, gleich am Anfang? Ja, gleich am Anfang seitlich. Gut. Wenn ich irgendwie anders fahren muss, musst du es halt sagen. Findest du die mit... also passend hier so, direkt bündig schon, fast, oder? Hier sieht gut aus, ja. Sieht doch gut aus. Gut, dann fangen wir mal an. Pass auf, ich muss jetzt wieder zum Baumenü. Und dann die Foundation. Wo war die denn? Custom... Alter, du darfst dich nicht bewegen, weil sonst geht mein Buch nicht. Belegung. So, okay. Jetzt ist natürlich ein bisschen das Ding im Weg. Einmal drehen, ja, genau. Was? Bleibst du stehen? Es ist jetzt nicht leicht. Ich weiß nicht, bin ich dort bündig? Fahre mal ein bisschen hin. Ja, ich glaube schon, oder? Fahr da hoch? Gehst du leider nicht. Achja, fahr da einfach mal hoch. Das sehen wir dann zum Schluss. Mal oben in die Ecke, genau. Ja, was? Das ist gut so. Ich muss halt nur gucken, ob es gerade ist. Deswegen musst du fast so hinfahren, damit ich so gesagt die Flucht hätte. Gehen wir jetzt zurück. Genau, perfekt. So, noch ein Stück. Dazu sage ich jetzt nichts, okay. Ach Gott. Aber nicht. Wo bist du? Da bist du. Du bist vielleicht nicht bei diesem Lockhold oder? Ja, ich weiß schon. Aber das Problem ist, meine Tacht immer wieder ein. Es ist, als würde man nicht schwimmen können. So. So. Ich hoffe, dass es gut ist. Siehst du, haust du eigentlich immer wieder mit Axt? Ja, weil ich immer meine Maus als zum, zum setzen. Den Punkt. Das mache ich mit linker Maustaste und das gleichzeitig angreifen. Passt das noch? Ja, es passt noch. Fahr mal zurück. Noch ein Stück oder passt das noch? Nee, das kann so funktionieren. So, und jetzt rund. Nein, ich bin blöd. Du bist blöd, ja. Ja, ich habe jetzt E gedrückt anstatt Ding. Ach man, das kann es doch in sich sein. Komm, das will ich noch. Wir schaffen das noch. Wir schaffen es. Ja, ja, das will ich noch in der Folge schaffen. Ich muss dich aber ranhalten. Alter, wenn du dich bewegst, es geht... Bisschen vor. Zum... Ja, genau. Genau, genau, genau. Ja, nicht so weit! Okay, das ist gut. Bleib so stehen. Mit der Höhe weiß ich es halt nicht, ne? Jetzt fahr wieder vor in die Ecke. So, dass ich die Flucht habe wie vorhin. Oh Gott. Ein bisschen weiter nach rechts, so Richtung... Genau, perfekt. Und jetzt ein Stück zurück. Genau, jetzt zurück. Perfekt. Jetzt, pass auf. So. Und jetzt wieder zurückfahren. Du weißt, wohin. Ungefähr. Ja, genau. Jetzt rückwärts. Das wäre ideal. Ah, das ist perfekt. Jetzt einfach nur rückwärts, rückwärts, rückwärts. Noch weiter. Nein, nein, alles gut. Und jetzt runter. Nach links also. Gut. Äh, da, 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 da. Ein bisschen so. Ein bisschen nach rechts. Ja, nach rechts. Genau, perfekt. Stopp. Das ist gut so. Ja, schön. 100 Blocks. 115, ja. Brauchen wir mehr wie vorhin. Aber es ist glaube ich nicht. Kann man euch mal gucken, ob es hier, äh, hier identisch ist. Warten wir mal schon auf unserer Plattform. Ich glaube, das sieht nicht schlecht aus. Es geht so ineinander. Oder? Ich glaube, in der gleichen Ebene. Ja, ich glaube, das müsste schon passen, ja. Ich glaube, das könnte passen, ja. Schon, oder? Und auf der gleichen Ebene, ja. Das müsste dann schon passen. Hoffen wir es einfach mal. Ja, ich hoffe. Ja, gut, dann würde ich auch sagen, wir beenden es die Folge, glaube ich, oder? Ja, ich glaube. Von der Zeit her. Ich kann mich nicht mehr ganz ersinnen, aber ich glaube, das ist jetzt so ganz gut. Ja, doch, das passt, glaube ich, so, ja. Ah, okay, dann. Nächste Folge geht's dann wieder ans Spawn. Jupp. Ich hoffe, euch gefällt's, weil manche finden das dann natürlich langweilig. So die ganze Zeit Blocks daherbringen, aber es ist dann ja ein Erfolgserlebnis, ne? Ja, genau. Jetzt wollen wir noch so eine Wand außenrum. Dann vielleicht noch zweistöckig mit einem Dach obendrauf. Ich glaube, da brauchen wir fast dann die nachwachsenden Bäume. Okay, schalten wir's doch an. Ja, vielleicht für so Bauprojekte können wir's anschalten. Ja. So große Bauprojekte, weißt du? Ja, dann schauen wir mal. Vielleicht kann ich's ja jetzt in der nächsten Folge schon anmachen, dann. Ja, man sieht sich dann. Ja, das überlegen wir selber noch. Und tschau!